Schwierige Hausarbeit, aber keine passende Literatur? Kein Problem. Bei der SUB Göttingen können Sie nicht vorhandene Bücher über das Formular Bücherwunsch für Studierende bestellen. Machen Sie einige Angaben wie ISBN-Nummer und Buchtitel und sagen Sie, für welche Arbeit das Buch benötigt wird. Vielleicht findet sich das gewünschte Buch schon bald in der Bibliothek.